Beim Arbeiten in Blender musst du dich sehr häufig richtig ausrichten, Referenzpunkte finden und auch die passenden Koordinatenachsen nutzen. Doch wie kannst du all diese Dinge umstellen? Und was bedeuten die jeweiligen Einstellungen? Und was hat es eigentlich mit diesem rot-weiß geschichteten Kreis hier in der Mitte auf sich? Ich erkläre dir das heute in der fünften Folge von Blender in 10 Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und wenn dir diese Serie gefallen sollte, lass gerne jetzt einen Like auf dem Video, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest, aktiviere die Glocke auch gerne und schreib mir immer Fragen und Feedback in die Kommentare. Jede Interaktion hilft und jetzt viel Spaß in dieser Folge. Für das Ausrichten in Blender möchte ich dir von Anfang an schon Erweiterungen empfehlen, die dir das Leben wirklich vereinfachen werden. Gehe oben links im Blender auf Edit, dann auf Präferenzen und aktiviere die folgenden drei Stück im Reiter Get Extensions. Suche zuerst nach dem Wort 3D, dann haben wir einmal ganz oben hier 3D Cursor Plus, das können wir aufklappen und hier installieren. Dann wird das Ganze hier weiß aufleuchten und es ist installiert. Dann suche nach dem Wort 3D Navigation, das ist das Nächste. Auch das kann ich dir nur sehr empfehlen und raten zu installieren. Und das Letzte, was du brauchen solltest, ist hierbei das Stored Views. Und auch das würde ich dir raten zu installieren. Das sind drei sehr machtvolle Plugins, die es dir erlauben, mit dem 3D Cursor und auch der Navigation von Blender und gerade eben dem Ausrichten in der Szene viel besser arbeiten zu können. Mit der Installation von 3D Cursor Plus wird ganz schnell klar, wo der 3D Cursor ist, und zwar hier in der Mitte. Denn der hat jetzt durch diese Erweiterung auch ein kleines eigenes Gizmo bekommen, genau wie das große hier oben rechts mit den Achsenbeschriftungen. Der 3D Cursor ist im Blender ein Referenzpunkt, den wir transformieren können. Er dient einfach nur als Referenz und kann genutzt werden bei Funktionen wie Rotation, Skalierung oder auch komplexeren im Edit Mode. Den 3D Cursor nutzen wir normalerweise über die Werkzeugleiste. Einfach hier oben links mit T ein- und ausblenden und den Cursor hier auswählen und schon können wir ihn hier frei im Viewport hin und her bewegen, wie wir möchten. Das gleiche gilt übrigens auch mit gedrückt halten unter den Achsen-Tasten X, Y und Z, sowie auch Shift-Z, Shift-X und Shift-Y für die ebenen Bewegung. Das waren jetzt gerade ganz typische Funktionen, aber dank dem Plugin, und zwar 3D Cursor Plus, kriegen wir noch weitere Optionen. Dafür nehmen wir auf der rechten Seite das Transform Panel mit N und gehen in den dritten Reiter hier namens View. Und hier haben wir jetzt unter anderem 3D Cursor Location und Rotation, was ganz typische Blender-Einstellungen sind, die sind normal auch da. Und unten drunter hier 3D Cursor Plus, Snap Options und Override Transform Options, die sind neu dazugekommen. Mit einem Button-Klick können wir hier Reset Cursor machen und der ist wieder hier unten in der Mitte zurück, ohne Position und ohne Rotation. Wir können auch das Gizmo-Preset hier umstellen auf die Achsen, wie wenn wir die Move-Funktion ausführen beim Objekte bewegen, dann haben wir jetzt nämlich hier auch die Pfeile zum genau dran hin und her ziehen. Und auch hier können wir dann zum Beispiel Steuerung drücken, um Snapping auf dem Koordinaten-Grid zu aktivieren und ihn perfekt zu bewegen, in Abständen von einem Meter, je nachdem wie eben das Snapping konfiguriert ist. Neben dem Nutzen des 3D Cursors gibt es auch das Ausrichten und Drehen von Blickwinkeln, um die passende Perspektive für eine Funktion zu wählen. Und da hat Blender sehr viele Operationen und Funktionen auf den Nummernblock-Tasten. Wichtig ist dabei, falls du keinen Nummernblock haben solltest, habe ich dir in Folge 2 dieser Serie bereits eine Präferenz gezeigt, wodurch die Funktionen auf die Zahlenreihe-Tasten wandern. Aber selbst das brauchst du nicht zu aktivieren, denn wir haben vorhin ja die Erweiterung 3D Navigation installiert. Und dadurch kriegen wir hier im Transform Panel über N, auf der rechten Seite im Tab View ebenfalls, hier den Reiter 3D Navigation. Und hier sind alle Funktionen, die du normalerweise im Nummernblock hast, ebenfalls drin enthalten. Ändern wir doch mal unseren Blickwinkel. In Blender können wir mit Nummernblock 0 uns in die Szenenkamera hineinversetzen und auch wieder aus ihr heraus gehen. Das haben wir jetzt hier rechts über den Button View Camera genauso möglich. Dann haben wir Align View From. Front, Back, Left, Right, Top, Bottom. Was wir machen können ist, wenn unser Würfel ausgewählt ist, können wir klassisch mit dem Nummernblock 1 von minus Y nach plus Y schauen, danach mit Nummernblock 9 unseren Blick 180 Grad ändern und zwar von plus Y nach minus Y. Wenn wir Nummernblock 3 drücken, schauen wir von der plus X Richtung nach minus X und mit Nummernblock 9 auch wieder 180 Grad drehen und wir schauen von minus X in Richtung plus X. Und wenn wir die Nummernblock 7 drücken, schauen wir von oben nach unten auf unser Objekt und mit Nummernblock 9 180 Grad gedreht, schauen wir von unten nach oben. Und das sind auch die Ausrichtungen hierbei. Front, Back, Left, Right, Top und Bottom können wir hier nutzen, um uns auszurichten und passend zu drehen. Weiterhin gibt es auch die Tasten hierbei. Auf dem Nummernblock die 4 und die 6 sind für das Drehen nach links und rechts, meinetwegen genau so. Mit der 8 und der 2 können wir uns nach oben und nach unten weiter drehen und uns so perfekt ausrichten. Wichtig ist, diese Funktion, die wir gerade ausgeführt haben, gibt es ebenfalls hier in einem weiteren Panel und zwar haben wir jetzt hier unten auch noch Pan-Orbit-Zoom-Roll. Wir können uns hier nach Left, Right bewegen oder eben nach Up und Down hierbei panen. Wir können Orbiten nach links und nach rechts, das ist eben diese Drehfunktion und auch nach oben und nach unten. Wir können hineinzoomen und herauszoomen oder uns auch nach links und rechts hierbei weiter drehen. Ganz häufig möchtest du in Blender auch bestimmte Blickwinkel immer wieder betrachten und nutzen, um zu schauen, ob dein Objekt noch passt, Proportionen zu groß geraten sind, Dinge zu schmal, zu dick geraten sind und dafür brauchst du die Erweiterung Stored Views. Denn mit dieser können wir uns jetzt eine Perspektive hier aussuchen, die wir haben möchten. Zum Beispiel eben von hier oben in der Mitte so und wir können hier im Stored Views-Reiter jetzt eine neue Kamera an diesem Punkt erzeugen oder die existierende Kamera auf diesem Punkt hin bewegen lassen. Wir wollen also jetzt hier eine neue erzeugen und haben jetzt eine zweite im Szenenbaum hier oben und können mit den Buttons hier unten diese beiden Kameras auch hin und her wechseln und wie gewohnt einfach mit dem Nummernblock 0 da wieder herausgehen. Beziehungsweise hier am Rand eben dieses Kamerasymbol nutzen, um das Ganze hin und her zu schalten. Jetzt wo wir wissen, wie wir unseren Blick ändern könnten, sollten wir uns mal anschauen, welche Arten von Bewegungen und welche Ausrichtungen in Blender es so gibt. Und ganz wichtig dafür ist dieses Menü hier oben, nämlich Global. Das ist das globale Koordinatensystem, welches wir hier auch im Gizmo sehen können. X geht hier nach unten rechts, Y nach oben rechts und Z geht nach oben. Und das wäre bei dem Würfel hier, wenn wir in den Move-Modus gehen, genau diese Ausrichtung hier vom Gizmo wie hier oben rechts zu sehen. Diese Sache können wir aber auch ändern und zwar, wenn wir hier oben von Global mal auf Lokal umstellen. Wenn wir unseren Würfel mal nehmen und mit R, Z-Achse um 45 Grad rotieren, dann zeigt jetzt die Seite, die vorher je nach oben rechts ging, jetzt hier hinten in die Tiefe. Und beim Bestätigen mit Enter sehen wir jetzt auch, der grüne Pfeil zeigt es nämlich genau dorthin. Das ist die Ausrichtung unseres Objektes in die Richtung. Eine dritte wichtige Orientierung ist die der View, und zwar des Viewports. Denn der Viewport geht ja nach rechts in Plus X und nach oben in Plus Y. Und egal wie du dich jetzt drehst und wendest, diese Pfeile werden niemals ihre Blickrichtung ändern, weil sie sich mit deinem Viewport zusammen ausrichten. Das heißt, so wie du schaust, geht die Z-Achse immer genau in die Tiefe nach hinten weg und X ist immer nach rechts im Viewport, Y ist immer nach oben und das wird sich auch nie ändern, egal wie du schaust. In Blender hat jedes einzelne Objekt, egal ob ein Mesh, eine Kamera oder ein Licht, einen Referenzpunkt, einen sogenannten Origin, der Ursprung des Objektes, der beschreibt, wo ist das Objekt gerade in unserer Welt. Nehmen wir mal hier unten den Würfel und wir öffnen mit N das Transform Panel. Wir stellen hier oben im Reiter Item fest, dass wir auf der Position 0,0,0 sind. Wenn wir jetzt mal hier die X-Achse auf 3 ändern, dann springt der Würfel auf X gleich 3 und wir haben hier den orangenen Punkt eben den Origin genau sichtbar. Diesen orangenen Punkt wollen wir jetzt verändern und das geht auf zwei bestimmte Arten. Die erste Art ist direkt im Object Mode. Wir bleiben hier und machen auf den Würfel rechtsklick, gehen auf den Eintrag Set Origin und kriegen hier fünf Möglichkeiten. Und zwar, lass die Geometrie zum Ursprung bewegen, lass den Ursprung zur Geometrie zurückkehren in die Mitte davon oder den Ursprung zum 3D Cursor, den Ursprung zum Center der Masse anhand des Volumens des Objektes. Wir nehmen jetzt mal hier Origin zum 3D Cursor, dann verschwindet der orangene Punkt hier und der geht hier in die Mitte, wo der 3D Cursor ist. Das heißt, auch wenn der Würfel visuell jetzt gerade hier ist, ist das Objekt auf der Koordinate 0,0,0. Und wenn wir jetzt wieder hier sagen, gehe um drei Meter nach vorne in der X-Achse, dann ist jetzt hier der Würfel auf 3,0,0. Das visuelle aber auf 6,0,0. Damit dieser Punkt wieder in die Mitte des Objekts zurückkommt, machen wir Rechtsklick, Set Origin und dann Origin to Geometry. Da sind wir wieder genau im Mittelpunkt dieser 8 Vertices und landen wieder hier in der Mitte. Ein großer Fehler, den viele beim Lernen von Blender machen, ist das Verwechseln der Transformationen in den diversen Modi. Denn ganz wichtig ist jetzt, wenn du jetzt den Würfel im Edit Mode wieder mit A auswählst und dann über GX-6 auf den Nullpunkt bewegst und Enter drückst, denkst du dir, cool, der ist wieder in der Mitte, das passt ja, sieht ja auch visuell richtig aus. Nein, im Edit Mode verschiebst du alle Daten des Objektes, also Punkte, Kanten und Flächen. Der Ursprungspunkt, der Origin, der bleibt genau da, wo er ist. Das heißt, du müsstest irgendwann merken, der Würfel ist ja gar nicht in der Mitte. Dann kannst du entweder per Rechtsklick Set Origin to Geometry den Punkt wieder fixen oder wenn dein Mesh deutlich komplexer ist, müsstest du versuchen, diese Operation rückgängig zu machen. In dem Falle den Würfel wieder bis dorthin schieben lassen, dann in den Object Mode wechseln und jetzt mit GX-6 auch diesen Punkt auf den Nullpunkt zurück verschieben. Machen wir uns nochmal ein Duplikat des Würfels, indem wir ihn anklicken, mit Shift und D duplizieren und dann ihn hier per Escape abbrechen, G, X, 5 und Enter drücken, damit wir einen zweiten Würfel hier haben. In Blender gibt es fünf Arten von Transform Pivot Points, Referenzpunkten für Transformationen. Und wir haben standardmäßig immer hier oben in dem Dropdown aktiviert den Median Point, eben den Mittelpunkt der Geometrie. Und wenn wir jetzt unseren Würfel hier mal mit S skalieren, merken wir, das stimmt auch. Die Mitte dieser acht Vertices wird hier beigenommen. Zufälligerweise ist der Mittelpunkt gerade auch der 3D Cursor. Das müssen wir mal ändern. Wir nehmen G für Bewegen, X-Achse und machen zwei Meter nach rechts und bestätigen das Ganze mit Enter. Und jetzt ändern wir mal unseren Referenzpunkt hier oben von Median Point auf 3D Cursor. Und wenn wir jetzt hier sagen, erst mal skalieren, dann merkt ihr schon, diese gestrichene Linie geht zum Mittelpunkt hin und beim Skalieren geht es in diese Richtung als Referenzpunkt. Das heißt, wir können jetzt hier eben die Rotation und auch die Skalierung genau um diesen Punkt drumherum machen. Interessanter wird es beim Referenzpunkt der Individual Origins. Wenn wir beide Würfel auswählen und skalieren machen, merken wir, jedes Objekt kümmert sich nur um seinen eigenen Referenzpunkt und keiner ist einem anderen überhaupt interessiert. Das gleiche auch im Edit Mode. Wenn wir den Würfel hier nehmen und mal zwei Kanten auswählen, diese und diese hinten, wir skalieren, ist das für die beiden genauso. Oder auch hier, diese Kante und diese Kante skalieren, selbes Verhalten. Noch interessanter wird es bei den aktiven Elementen. Denn wenn wir jetzt einen Würfel auswählen und den anderen mit Shift-Links-Klick ebenfalls auswählen, dann wissen wir ja von der Auswahl, das zuletzt ausgewählte Element ist immer das aktive. Und beim Skalieren stellen wir fest, naja, es geht um das aktive Element drumherum. Nehmen wir die Würfel und gehen in den Edit Mode und machen das gleiche mal hier mit Punkten. Wir haben einen Punkt hier, einen hier und einen da unten. Wir skalieren jetzt und merken, alle wollen zu dem Punkt da unten hin skalieren. Bei Kanten genau das gleiche. Wir haben diese Kante, diese hier, da hinten eine und eine hier unten. Wir skalieren und die wollen auch da unten hin. Und beim Skalieren mit zwei Flächen, selbes Schema. Der fünfte und letzte Transform Pivot Point hier oben ist das Bounding Box Center. Für alle ausgewählten Objekte wird um diese eine quadratische Box gezogen. Diese Box hat ihren Mittelpunkt eben zwischen den beiden Objekten hier irgendwo. Und wenn wir jetzt skalieren würden, wird genau auf diesen Mittelpunkt von dieser unsichtbaren Box hin skaliert oder eben auch dort drumherum rotiert. Solltest du das Kuchenmenü aktiviert haben über die Präferenzen, kannst du einfach Komma gedrückt halten und deine Maus bewegen. Dann finden wir hier 3D Cursor und auch die anderen Einträge heraus. Mit Punkt haben wir hier einmal die Koordinatensysteme. Die kannst du mal zusammen ein bisschen ausprobieren, um zu verstehen, wie Blender genau funktioniert. Und damit runden wir auch die heutige Folge ab. Von praktischen Erweiterungen, Blickwinkeln, Steuerungen des Viewports, von Referenzpunkten und auch von Koordinatensystemen, Orientierungen. Alles ganz praktische Dinge, die du sehr häufig nutzen wirst. Wann ist das schwierig oder einfach? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Sonst lass einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und Feedback und Fragen sind auch jederzeit willkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge.